Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Update hier aus der Brickworld. Es hat ein bisschen gedauert, aber dafür bekommt ihr heute eins der größten Updates, die es eigentlich jemals hier auf dem Kanal gab. Es werden Unmengen Steine verbaut, die werden Licht verbauen, neue Figuren, die werden große Fortschritte machen an der Tiefgarage, an der hinteren Eingangshalle des Bahnhofs, am Hotel, außen herum. Es wird einiges passieren, also bleibt auf jeden Fall dabei, denn in dem Bereich hier hinter den Gleisen wird heute wieder einiges passieren, also unbedingt dabei bleiben. Und wir starten hier in der Tiefgarage. Da habe ich jetzt erstmal die ganzen Pfosten, die gefehlt haben, eingebaut. Und ich habe einen Kommentar, oder es gab mehrmals den Kommentar, dass man hier ein paar Parkplätze reservieren sollte für Brickst. Brickst ist ja die Brickworld-Version im Prinzip von Sixt oder jedem anderen Unternehmen, das Fahrzeuge vermietet. Und da werden dann in naher Zukunft gleich mal ein paar Fahrzeuge stehen. Ansonsten habe ich hier oben angefangen mit der Verkabelung. Auch hier nutze ich wieder die Technik mit den beiden Konnektoren, dass man von einem Modul zum anderen Strom überträgt. In dem Fall ist es hier von dem rechten auf das linke Modul. Wir werden jetzt hier gleich die ganze Decke zubauen, die Beleuchtung einbauen, damit die untere Etage der Tiefgarage dann auf jeden Fall gleich fertig ist. Dann sieht das Ganze so aus. Ja, die Decke ist drin. Ich habe oben schon mal angefangen, die ganzen Parkplätze zu markieren. Es sind acht weitere Parkplätze. Und hier haben wir ein kleines, in Anführungsstrichen, Problem, denn der Konnektor, weil das rechte Modul, die Decke etwas höher ist, haben wir hier links den Konnektor höher als eigentlich die Straße im Prinzip. Und deshalb werden wir jetzt hier rechts eine Art Fake-Raum einbauen, damit das Ganze ja funktionieren wird. Unten seht ihr jetzt, wie die ganze Beleuchtung eingebaut wurde. Acht neue Parkplätze. Fahrzeuge fehlen noch natürlich einige. Da werde ich in naher Zukunft nach und nach Fahrzeuge einbauen. Die werden alle geparkt sein im Prinzip. Da könnt ihr mir gerne auch Ideen und dergleichen in die Kommentare einbringen, was ihr denn da so gerne sehen wollen würdet. Ansonsten werden wir jetzt gleich oben weitermachen. Da wird gefließt, damit die ganzen Parkplätze fertig werden. Da hat auch mein Sohn mir wieder geholfen. Der hat im Prinzip alle Parkplätze hier oben gefließt. Das war eine Arbeit, die mir sehr viel Arbeit abgenommen hat. Ihm hat es Spaß gemacht. Und ihr seht es hier, die ganzen 2x2er-Fließen in Light Blueish Grey wurden eingebaut. Das hier oben ist dann sozusagen fertig. Ich habe auch gleich noch die Aufkleber für die Parkplatznummern eingebracht. Und hier rechts seht ihr jetzt auch schon diesen Fake-Raum. Da ist so eine Gittertür hier drin. Die ist einfach hier nur drin. Dahinter sind schwarze Steine. Damit es so aussieht, als wäre dahinter ein Raum, in dem es dunkel ist. Der Raum selber wird nicht ausgebaut. Er dient einfach nur als Fake-Raum und als Möglichkeit, dass eben die Sache mit der Stromvertragung vom rechten auf das linke Modul funktioniert. Ansonsten kommen wir hier nicht weiter. Aber ich kann euch erstmal meinen zweiten großen Sponsor, Tricksbricks.eu, präsentieren. Denn die haben mir ein Paket zukommen lassen. Mit sehr, sehr vielen bedruckten Elementen. Vor allem auch diese Verbundsteinfliesen, auch ein paar andere bedruckte Sachen, die nach und nach jetzt auch heute schon eingesetzt werden in verschiedenen Projekten. Ansonsten, ihr kennt Tricksbricks auf jeden Fall von den vielen tollen Fliesen, sagen ich schon, Schienen und Weichen und dergleichen. Aber die haben auch das hier zum Beispiel zu bieten. Das sind 1200 Fliesen von diesem Design. Die werden nach und nach in der Zukunft mal eingesetzt. Auch heute, wie gesagt. Und ansonsten geht es jetzt hier gleich weiter. Aber ein großer Dank an Tricksbricks auf jeden Fall. Auf der anderen Seite seht ihr jetzt, dass ich hier von dem Modul die Stützmauer komplett fertig nach oben gezogen habe. Deshalb können wir es hier gleich oben weiterbauen im oberen Bereich. Ihr seht auch schon sehr, sehr viele bunte Steine. Die wird man später natürlich nicht mehr sehen. Wie immer im inneren Bereich, wo man es nicht sieht, nutze ich alle möglichen Farben, weil es einfach da ist und günstig ist. Anstatt dessen seht ihr aber von außen die verschiedenen Erdschichten, die ich hier eingebaut habe, damit wir es hier einfach oben drüber weiterbauen können. Hier oben kommt gleich eine Decke drauf. Dann kommen noch zwei Parkplätze für Taxis hin. Und links wird auch noch ein Teil des Hotels hinzukommen. Also da haben wir einiges noch zu tun. Aber erstmal muss dieser Hohlraum gleich geschlossen werden. Das hat einige interessante Aspekte im Bau gehabt. Ansonsten müssen wir auch noch das hier schließen, wo das Kabel runtergeht. Da werden wir noch einen kleinen Anbau zu dieser Liftkonstruktion anbauen. Und dann wird das Ganze hier, glaube ich, nach und nach ein schönes Gesamtbild ergeben. Und wir werden sehen, wie weit wir heute in dem Bereich noch kommen. Dazu kommen wir nämlich jetzt. Nächster Schritt. Ihr seht, die Parkplätze sind da. Das Ganze ist abgedeckt. Das sind zwei Parkplätze für Taxis. Da habe ich diese bedruckten Elemente genommen. Auch die beiden sind von Tricks Bricks. Ist einfach ein Parkplatz mit Taxi-Schild. Dachte ich, kann man hier ganz schön anbringen. Das ist ein kleines Detail. Und hier werden wir jetzt gleich auf jeden Fall noch weiterbauen. Links sieht jetzt auch schon die Kante des Moduls. Hier unten sieht man jetzt sehr schön den Übergang von diesem unteren Bereich nach oben mit den verschiedenen Erdschichten. Dann sieht man schon hier, was zu dem Gehweg etc. Oder vom Fundament des Gebäudes gehört. Und auch hier wird ungefähr das Hotelgebäude enden. Da werde ich gleich noch ein bisschen was testen. Ihr seht hier links die andere Seite. Der Mittelbereich wird heute nicht fertig werden, weil mir fehlen ein paar Steine, um die obere Etage der Tiefgarage fertig zu bekommen. Deshalb können wir auch oben drüber noch nicht mit dem Hotel starten. Ansonsten können wir hier noch ein bisschen weiterarbeiten. Da werden wir ein paar von diesen Fliesen einbauen. Hier drüben auch. Und hier links, wie gesagt, mit dem Hotelbeginn. Auch hier müssen wir mal schauen, dass da hier, müssen wir auch noch schließen. Da dachte ich erst, mir fehlen die Steine, um das heute noch schließen zu können. Ich habe aber glücklicherweise noch einen ganzen Beutel von diesen Mauersteinen gefunden. Deshalb sieht das Ganze jetzt doch etwas vollständiger aus. Ihr seht jetzt hier den Beutel, den habe ich glücklicherweise noch gefunden. Deshalb konnte ich hier die ganze Lücke schließen. Fliesen wurden weiter verlegt. Hier ist dieser kleine Anbau noch, den ich hier angebracht habe, um hier die Lücke zu schließen mit dem Kabel. Und ihr seht hier noch ein Schild. Auch das ist von Twixbrooks übrigens, das so ein paar Buslinien andeutet. Einfach als kleines Detail, damit die Wand hier nicht komplett leer aussieht. Hier wurde noch ein bisschen weiter gefließt. Hier seht ihr auch noch ein paar von diesen Fliesen von Twixbrooks. Und links geht es weiter mit den grauen Fliesen. Ich habe hier noch eine Art Pflanze angebracht, denn ich möchte hier zwischen den Parkplätzen und dem eigentlichen Gebäude noch ein paar Sitzplätze für die Möglichkeit zum Essen einbinden. Hier ist noch eine Tür. Ist natürlich sehr nah an den Gleisen etc. Aber vielleicht will der eine oder andere trotzdem draußen ein bisschen was essen können. Hier unten seht ihr die Gleise. Und was ich auch gemacht habe, ich habe hier oben das ausgetauscht. Hier haben wir diese grauen Elemente, die hier aussehen wie so Schienen. Da hatte ich vorher nicht genug. Da waren so ganz normale Fliesen. Einmal acht da drauf. Haben einige in den Kommentaren gesagt, dass das nicht so hübsch aussieht. Deshalb habe ich noch ein paar nachbestellt von diesen anderen und habe es jetzt ausgetauscht. Ich hoffe, euch gefällt es nun besser, dass es einen besseren, homogeneren Look erschafft. Aber ich musste hier nochmal aufmachen, habe ich gemerkt, denn ich habe mal wieder vergessen, ein Kabel nach oben zu ziehen. Das habe ich jetzt hier durch die Säule gezogen. Das kommt von unten hier hoch, damit wir hier oben, wenn wir das Dach drauf bauen, auch noch hier den S-Bereich und auch den Gehweg da vorne noch beleuchten können. Und beleuchtungsgute Thema. Ich habe hier noch die Möglichkeit genutzt, ein weiteres Licht anzubringen, denn hier oben, hier oben drin, ist noch ein Sechsfachverteiler gewesen, an dem noch ein Spot frei war. Deshalb habe ich da nochmal ein Kabel mit einer kleinen LED angebracht und dann können wir jetzt hier links weiterbauen, das Ganze schließen und dann sieht das Ganze so aus. Das Taxi hier kennt ihr wahrscheinlich, das ist einfach eins zu eins übernommen aus dem Daily Bugle Set. Dafür gibt es jetzt noch zwei neue Minifiguren. Damit kommen wir auf 1056 Minifiguren. Ihr seht hier die beiden Minifiguren, die sind dazugekommen. Ihr seht auch, Beleuchtung ist reingekommen und ich habe hier noch ein Gefahrenschild angebracht, denn der Weg hier ist relativ auf der gleichen Höhe wie hier hinten die Oberleitung von den Gleisen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir hier und da nicht noch irgendwelche Art Zäune anbringen müssten, damit da mal nicht so die Gefahr besteht, dass man so nah an die Oberleitung kommt. Dazu müsst ihr oder könnt ihr mir gerne in den Kommentaren auch noch was schreiben. Hier unten habe ich nur Tische in schwarz eingebracht mit passenden Stühlen. Oben drüber habe ich das Hotel soweit fertig gebaut, wie es eben auch auf der anderen Seite ist. Und hier ist alles noch bunt und offen, das wird nach und nach sich ändern. Das sind übrigens Markierungen für mich, wo die Fenster sind und wo die Mauerteile sind, damit wir hier auf die richtige Position kommen und nicht, wenn wir später den Mittelteil bauen, dann irgendwas nicht passt. Das nehme ich hier raus. Da kommen nämlich auch noch in einem der nächsten Updates nochmal Fenster rein und dann können wir uns in absehbarer Zeit auch mit der Innenausgestaltung beschäftigen. Dazu müssen wir den Bereich hier unten fertig kriegen, dann muss ich noch ein bisschen was bestellen, damit wir hier unten die Tiefgarage abschließen können, abgesehen von den Fahrzeugen. Aber ihr seht mal, wie groß das Ganze jetzt geworden ist von links nach rechts im Querschnitt. Ich glaube, wir haben hier, ja, 21 Parkplätze, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe. Da können wir auf jeden Fall noch einige Fahrzeuge reinstellen. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Ideen etc. dazu in die Kommentare. Hier oben ist jetzt auch noch was passiert. In der Halle habe ich hier nochmal die Säulen, diese Stützelemente ausgetauscht, auch schon gegen eine andere Farbe und auch oben eingebaut, hier unter der eigentlichen Betondecke, weil einige haben gemeint, dass die Betondecke ein bisschen zu dünn ist, um einfach so zu halten. Da habe ich jetzt das hier noch eingebaut. War ein bisschen friemelei, würde ich mal sagen, aber ich glaube, es macht für den Gesamtluck tatsächlich noch einiges her. Das ist jetzt noch ein bisschen stabiler und auch ein kleines Detail ist es im Prinzip, dass wir jetzt noch hier diese Stützelemente auch oben haben und von oben sieht das Ganze jetzt nach den heutigen Arbeiten so aus. Es ist einiges passiert. Natürlich noch eine riesen Baustelle, viele Lücken zu schließen, aber hinter den Gleisen ist, glaube ich, heute wieder einiges passiert, einiges zusammengekommen und so sieht es aus, wenn man jetzt hier runter schaut von diesen Taxi-Parkplätzen im Prinzip nach unten auf die Gleise und auf die Stadt dahinter. Das gefällt mir persönlich auf jeden Fall deutlich besser und so sieht es von der anderen Seite momentan aus. Ihr seht die riesen Lücke hier klaffen, die müssen wir auf jeden Fall noch schließen in einem der nächsten Updates, aber hier links seht ihr jetzt mal, wie der Bereich aussieht, den wir heute fertig bekommen haben. Was ich hier auch hinter den Aufzügen noch mache, bin ich mir noch nicht ganz sicher, da muss ich mir noch ein paar Sachen überlegen. Vielleicht kommt noch ein bisschen was Grünes hinzu, aber ihr seht auf jeden Fall schon mal, wie breit das Hotel am Ende sein wird. Manche werden es vielleicht zu groß finden, aber ich finde, es muss relativ groß sein, einen auch hier nochmal ein bisschen die Sicht nach hinten zu versperren, von der Position, an der ein potenzieller Besucher steht, auf die Wand dahinter und es bringt natürlich auch sehr viele Möglichkeiten für Leben und kleine Geschichten, die man dort einbringen kann. Ansonsten sind das die finalen Ansichten für heute. Wir haben viel geschafft. Wir nähern uns den 20.000 Abonnenten. Auch da nochmal vielen, vielen Dank und auch die Vierjahresfeier wird bald kommen. So, bis zum nächsten Mal und tschüss. So, bis zum nächsten Mal und tschüss.